Ja, mein Kalender ist fertig. Ich gehe jetzt mal in den Druckmodus, Drucken und sage hier OK. Ja, wenn ich mir jetzt den Ausdruck anschaue, dann fällt mir auf, dass hier ein entsprechend weißer Rand entstanden ist. Und das wollte ich ja eigentlich nicht haben. Ich habe ja dieses Bild bis zum Rand herausgezogen und jetzt habe ich da diesen weißen Rand. Naja, das ist deshalb, weil der Drucker nicht randlos drucken kann. Und hier müssen wir uns eines kleinen Tricks behelfen. Ja, was könnten wir denn jetzt machen, um einen schönen randlosen Druck hinzubekommen? Mit DIN A4 geht es nicht, aber es gäbe da vielleicht eine andere Möglichkeit. Und zwar, wir gehen auf Seite einrichten. Die Papierzielgröße, die ist DIN A4, weil hier ein DIN A4 Format im Drucker drin liegt. Allerdings können wir die Seitengröße verändern. Die verändern wir jetzt mal so, dass es hier ein DIN A5 Format ergibt. Das heißt, wir haben eine Höhe von 21 und die Breite ist dann die Hälfte, 14,8. Und dann schaut das Ganze so aus. Also die ganze Seite ist etwas kleiner geworden und die Elemente müssen wir entsprechend anpassen. So, das habe ich jetzt gemacht. Also das Ganze liegt jetzt im DIN A5 Format vor. Also die Seite, dieser Arbeitsbereich ist DIN A5 groß. Allerdings, die Papiergröße, die ist noch auf DIN A4. Das Ganze sieht jetzt hier so aus in der Vorschau, sieht aber dann in der Druckvorschau dann wirklich so aus, dass hier das mittig auf ein DIN A4 Blatt gedruckt wird. Okay, wir gehen auf Datei drucken. Hier brauchen wir allerdings jetzt noch, weil wir das später ja zuschneiden werden, hier unter den erweiterten Ausgabe-Einstellungen brauchen wir jetzt noch entsprechend die Schnittmarken. Sagen okay. Und jetzt sieht man hier schon diese Winkel, wo wir dann später lineal mit Messer anlegen können oder in der Schneidemaschine das Ganze bearbeiten können. Und ich gehe jetzt hier auf Drucken. So, wir sehen jetzt hier unseren Ausdruck mit den Schnittmarken oben und unten, also an jeder Ecke, in so einem Winkel angelegt. Und wenn man jetzt das Ganze mit dem Lineal anlegt, an diesen Schnittmarken, dann werden wir hoffentlich ein schönes, randloses Kalenderblatt bekommen. So, jetzt gefällt mir das Ganze aber immer noch nicht. Ich habe jetzt genau an den Schnittmarken entlang geschnitten. Und hier sind jetzt so weiße Ränder übrig geblieben. Diese Ränder bezeichnet man als Blitzer. Und ja, hier müssen wir noch ein paar andere Einstellungen vornehmen, damit wir die rauskriegen. Also, was können wir denn gegen diese Blitzränder machen? Naja, also wenn das Objekt hier randlos dargestellt werden soll, dann müssen wir das hier ein bisschen über die Seite hinausziehen. Man sagt so immer 3 mm, dann ist man auf der sicheren Seite. Man kann sich hier seitlich orientieren, das hier so rauszieht, plus 3 auf der anderen Seite auch. Jetzt hier auf 14,8, dann brauchen wir hier 15,1. Das müsste ausreichen, um jetzt einen Überstand zu haben. Also man spricht davon, dass das Ganze abfallend angelegt ist. Und jetzt schauen wir uns das nochmal im Druckmenü an. Und dann sage ich, dass das Ganze abfallend angeht, dass das Ganze abfallend angeht. Und dann sehe ich auch, ich habe jetzt hier die ursprüngliche Schnittmarke und hier, das ist die Beschnittzugabe. Wenn ich also hier an dieser Stelle entlang schneide, dann bin ich auf der sicheren Seite, dass hier keine Blitzränder entstehen. Das probieren wir jetzt mal aus. Ja, man sieht jetzt also, wenn ich hier entsprechend das Lineal anlege, also das untere ist meine Schnittmarke, dann wird hier auf alle Fälle im farbigen Bereich geschnitten. Das heißt, hier passiert es nicht, dass es hier zu Blitzern kommt, auch auf der Seite, wenn ich das entsprechend anlege, also die Schnittmarke hier unten und hier oben, halt, das ist die Schnittmarke, dann kann ich hier entsprechend entlang schneiden und habe auf alle Fälle einen randlosen Druck. Ja, es ist natürlich sehr umständlich, gerade wenn man jetzt einen Kalender gestaltet, dann jedes Blatt nochmal einzeln zuschneiden zu müssen. Daher empfehle ich immer, dass man halt mit seinen Bildinhalten in dem Arbeitsbereich bleiben soll. Also man macht das hier kleiner. Man hat hier diesen weißen Rand dann eben. Die Überschrift muss so ein bisschen angepasst werden. So, und das ist hier dann ein einheitliches Bild. Worauf man noch achten muss, ist, dass der Drucker wirklich dann das Papier gerade einzieht, weil wenn das Ganze hier schief eingezogen wird, dann sieht es natürlich auch nicht schön aus. Okay, falls die Datei an eine Druckerei übergeben werden soll, dass die das ausdruckt, dann muss man aus dieser Datei einen PDF machen. Hier dazu geht man auf Datei, exportieren, dann für den professionellen Druck speichern. Und hier kann man jetzt noch einige Einstellungen einstellen. Hier gehe ich gerne auf Benutzer definiert, professioneller Druck. Bei den Druckoptionen kann man noch mal sagen, die Zuschnittsmarken, Beschnittzugaben zulassen, Beschnittzugabemarken. Dann sagt man hier OK. Und dann kann man hier mit dem Pack-and-Go-Assistenten den Speicherort entsprechend angeben. Dann klickt man entsprechend auf Weiter. Und die Präsentation ist erfolgreich gepackt und kann an die Druckerei verschickt werden. OK.